Ich weiß es nicht. Linda, wenn Sie mir vertrauen, ist es doch ganz egal, welche. Ich würde Ihnen auch gern vertrauen, wenn Sie nicht neulich irgendwas in meinen Rücken reingetan hätten. Beuth hat mir das vertraut. Oh, und Sie tun raus, was Beuth ihm sagt. Ja, das ist kein das Witz. Man widersetzt sich Beuth nicht. Er ist krank. Und Sie wissen das auch. Ich wusste es nicht. Also ich wollte keinen mehr, da dachte ich... Ich dachte, er wäre wundervoll. Ich dachte, er wäre... Ich schätze, wenn man nach einem Ritter ausscheidet, denn ich bin auch ein, wo gar keiner ist. Wie war die Kleine? Ihre Tochter? Mary Beth. Mary Beth war drei, ich habe keine Kinder. Ich arbeite in einem seiner Klubsen, der Bahnhof ist gut. Ich habe alles getan, um es durchzubringen. Nun, dann kam Beuth und... Er besprach, wenn ich zu ihm ziehen würde, dann würde er alles regeln, auch für die Kleine. Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen. Ich weiß, ich hätte sein sein sollen. Ich wollte es auch, aber... Aber ich habe das Problem.